Nun wurde der Deal also fixiert. Gestatten Oma Damari, neuer Stürmer beim FK Austria Wien. Der 25-jährige Israeli kommt von Harpoel Tel Aviv und signierte für vier Jahre in Violet. Das ist eine gute Technik, sehr schnell. Und ich weiß, dass ich die Beobachtung schaffe. Ich mag nicht über mich sprechen. Ich möchte mein Bestes machen, dass ich viele Beobachtungen schaffe. Und versuchen, die Team zu gehen nach Europa und zu erreichen.